Reden wir über das siebte James-Bond-Buch von Ian Fleming. In tödlicher Mission, original For Your Eyes Only, veröffentlicht 1960. Dieses Buch ist eine kleine Besonderheit, denn es ist kein Roman, sondern eine Kurzgeschichtensammlung. Und hiermit beginnt, nach Goldfinger, eine interessante Ära für Ian Fleming, wo bei ihm ein bisschen die Luft raus war, beziehungsweise er ein bisschen experimentiert hat. Hiermit in tödlicher Mission bekommen wir eine Kurzgeschichtensammlung von fünf kleinen Geschichten. Diese basieren wiederum auf Drehbüchern, die Fleming für eine potenzielle James-Bond-Serie geschrieben hat. Also jede Short-Story hier wäre quasi eine 20-Minuten-Episode oder was auch immer. Der nächste Roman, Feuerball, begann ebenfalls als ein Filmdrehbuch, welchen Fleming dann in einen Roman umgewandelt hat. Und darauf folgt Der Spion, der mich liebte. Ein komplett anderes James-Bond-Buch. Das ist ein ganz interessanter Fall. Aber diese drei Bücher sind ziemlich experimentell, man kann es auch faul nennen. Zumindest irgendwie, denn Fleming hat hier einfach Drehbücher umgewandelt in Kurzgeschichten. Und er macht einen guten Job und ich sage nicht, dass diese Bücher jetzt schlecht sind. Sie sind durchaus interessant und machen Spaß. Aber es ist diese Ära, wo es sich anfühlt, als wäre wirklich langsam die Luft raus für Fleming. Glücklicherweise hatte er wieder einen kreativen Kick mit dem Roman im Geheimdienst ihrer Majestät. Aber ich will nicht zu weit vorausgreifen, reden wir über dieses Buch. In tödlicher Mission, die fünf Kurzgeschichten. Ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, vor allem weil es Kurzgeschichten sind. Und wenn ich nur kurz über die Story rede, ich laufe die Gefahr zu viel zu spoilern und das möchte ich nicht. Also, die enthaltenen Geschichten sind Die Geschichten sind ziemlich gut. Die ersten beiden, im Angesicht des Todes und in tödlicher Mission, sind so standardmäßige James-Bond-Stories. Er wird auf eine Mission geschickt, muss ein paar Bösewichte ausschalten. In tödlicher Mission wurde sogar ziemlich direkt adaptiert für den Film For Your Eyes Only. From a View to a Kill nicht. Die Story wurde, glaube ich, niemals irgendwie in einen Film eingebaut. Die dritte Story, Ein Quantum-Trost, hatte auch nichts mit dem Daniel-Craig-Film zu tun, aber sie ist vielleicht meine Lieblings-Kurzgeschichte, zumindest in diesem Band, denn sie ist so unfassbar anders. Und die muss ich kurz zusammenfassen. Bond ist auf einer Cocktail-Party mit solchen reichen Schnöseln. Und ihm ist todlangweilig, aber dann erzählt ihm einer der Anwesenden eine Geschichte von einem Mann, der sich verliebte in eine Stewardess. Sie haben geheiratet und sie hatten eine ziemlich unglückliche Beziehung. Und Bond ist am Ende unterhalten und lernt eine kleine Lektion. Und die Story ist so nicht Bond, dass ich sie richtig geil finde. Das war Flemings Versuch, literarisch zu schreiben. Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Gerücht zuerst gehört habe. Es könnte auch wirklich eine Tatsache sein. Aber Flemings Frau hat anscheinend Cocktail-Partys gegeben, bei denen sie befreundete Autoren eingeladen hat. Und die würden sich gemeinsam über Flemming lustig machen, weil er seine albernen Geheimagentengeschichten schreibt. Und deswegen entstand ein Quantum-Trost. Ich find's gut. Nächste Story, Risiko. Auch grundsolide mit einem kleinen Twist. Diese Story wurde auch adaptiert in den Film 4Uis only. Damit kommen wir zur letzten Story, die Hildebrand-Rarität. Diese ist auch wieder was ganz Besonderes, bei der ich nicht spoilern möchte, denn es ist vielleicht die beste Story hier drin. Hildebrand-Rarität und Quantum sind hier die besten, meiner Meinung nach. Sie sind wirklich andere James-Bond-Stories, aber sie machen Spaß. In die Hildebrand-Rarität dreht es sich darum, dass ein Mord geschieht und Bond vor ein moralisches Dilemma gestellt wird, ob er etwas unternehmen soll, ob er den Täter überhaupt enthüllen sollte, denn der Ermordete war ein ziemliches Arschloch. Es macht Spaß. Wirklich, wirklich gut. Insgesamt ist in tödlicher Mission eine wirklich nette Abwechslung. Und auch dieses James-Bond-Buch kann ich wirklich nur empfehlen.